Oben im rauen Norden, wo Mythen über Kobolde in den Wäldern erzählt werden und Feuer und Eis gemeinsam die Linien der Natur zeichnen. Dort ist Deutschlands begehrtester Frauenschwarm geboren. Mit der Stärke eines Wikingers, dem Humor eines Entertainers und dem Aussehen eines Märchenprinzen verzaubert Ruri Gislason jeden Freitagabend die Let's Dance-Zuschauer. Zu allem Überfluss kann der gebürtige Isländer auch noch tanzen wie ein Profi und ist bei all dem herzlich bescheiden. Mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin heimst der Schönling bei der Jury jede Woche ein Lob nach dem anderen ein. Aber wer tanzt mit dem Frauenschwarm durch das richtige Leben? Leider ist die begehrte Position schon vergeben. An diese wunderschöne Dame. Natalia Soliani arbeitet erfolgreich als Model in London. Die hübsche Brünette verzaubert nicht nur mit ihrem durchtrainierten Buddy und ihrer glänzenden Ballemähne, sondern auch mit ihrem herzlichen Lächeln. Anfang 2019 macht das Traumpaar seine Beziehung öffentlich. Seitdem lassen die gebürtige Brasilianerin und der ehemalige Profi-Fußballer die Fans auf Instagram an ihrem Liebesglück teilhaben. Das Temperament Lateinamerikas scheint der 33-Jährige wohl nicht nur auf dem Tanzparkett zu lieben. Bis zum nächsten Mal.